Also wer das irgendwie so macht, uns als einzige Informationsquelle über die letzte Woche zu nehmen. Der macht alles richtig. Der macht alles richtig. Ich habe jetzt vier Nächte nicht viel geschlafen. Ich bin sehr, sehr müde. Ich mache nachher noch einen Mittagsschlaf. Ich wollte gerade sagen, ob du gefälligst, noch mal ein bisschen pennst hier. Ohrenvergleich, wie spät ist es? 10.12 Uhr. Leute, wisst ihr, wie früh wir aufstehen für euch? Das ist ja abartig. Und das zum Freitag. Das ist ja mitten in der Wochenende. Mitten in der Wochenende, auf jeden Fall. Und außerdem ist heute meine große Geburtstagsfeier. Und ich kümpel hier rum, rede in ein Mikrofon rein, wonach suche ich eigentlich? Ich habe gerade in meinem Portemonnaie nach meinem Handy gesucht. Nee, die Fanpost kannst du rausholen. Die Fanpost. Das ist gut. Die Fanpost. Leute, wer sind wir überhaupt? Die schalten hier gerade ein, denken sich, was sind das für Hurensöhne, die da in uns reinsprechen. Ja, die sagen auch mal Hurensöhne. Denn wir haben das Wort nicht erfunden. Warum sollen wir es nicht benutzen? Nein, es ist die deutsche Sprache. Wir können nichts dafür, dass es existiert. Wer war das? Luther? Oder so? Martin Luther? Hurensohn? Nee, ich glaube, war es da nicht Arschloch oder so? Nee, ich weiß es nicht. Ach, keine Ahnung. Ach, das hat jeder schon mal gesagt. Jedenfalls sitzen hier für euch der Robin Nosterrafu und der Tino Ranacher. Großartig. Wirklich großartig. Wir sind brenn.internet und heißen euch herzlich willkommen. Wir sind auch heute mal im ranzigen Studio hier. Radio Lotte hat ein ranziges Studio und ein noch ranzigeres. Wir sind die noch ranzigeren. Ja, die noch ranzigeren. Und da nehmen wir für euch auf und wir geben euch einen kleinen Querschnitt durch die letzte Woche. Was hat das Internet bewegt? Was hat die Medien bewegt? Was hat die Politik vielleicht auch ein bisschen bewegt? Und uns persönlich auch. Und uns persönlich. Und ganz besonders bewegt hat uns hier ein Brief. Da ist ein Pepe drauf. Wir kriegen ja ab und zu mal hasserfüllte Leserbriefe. Absolut. Wir möchten das ja auch. Das ist ein großes Dankeschön von den Zuschauern an uns. Und ja, hier ist so ein Pepe drauf. Das ist so ein Frosch, der, naja, sehr schöne Lippen hat. Auf jeden Fall ein bisschen traurig guckt, aber ist egal. Das ist auch so ein Internet-Meme. Tante Susanne da am Telefon. Das ist ein Internet-Meme. Das bedeutet, im Internet weiß jeder, wer Pepe ist, aber du weißt das nicht. Egal. Wenn sie nicht wissen, was ein Meme ist, dann hören sie unsere Ausgabe auf YouTube, in der wir über Memes und Dion sprechen. Oh. Das ist auch ein guter Cliffhanger. Ja, denn die Leute werden sich fragen, was zur Hölle ist denn Dion? Und das wird da geklärt. Gut. Also, hier haben wir eine kleine Postkarte. Es steht drauf. Hallo, lieber Brennpunkt Internet. Das sind wir. Ich bin schon sieben Jahre alt. Das ist mein Lieblingsfrosch. Also der Pepe. Ich mag den, weil er so rechts ist wie Robins Musikgeschmack. Das ist erstmal eine Unterstellung. Aber wir lassen es mal so stehen. Wenn ihr beide Körper tauscht für eine Stunde, was würdet ihr machen? Hi, Richard Z. Gruspe. An Bürgerradio Lotte, Goetheplatz 2, 12, 99, 4, 2, 3, Weimar, Deutschland. Ich wusste gar nicht, dass der Richard Gruspe so jung ist noch. Ja, doch. Aber wir können hier auch mal noch die eine oder andere geheime Botschaft liegen. Der Richard ist sieben Jahre alt und hat einen eher lesenden Musikgeschmack. Rechts. Ne, warte mal. Er mag den Lieblingsfrosch, weil der so rechts ist. Und da muss ich direkt mal aufräumen, liebe Leute. Der Pepe wurde wie so vieles anderes von den weißen Supremacists einfach übernommen. Auch in Zeiten von, wir pushen Trump durch Memes ins, nicht Wahllokal, ins Amt. Und eigentlich hat der Pepe angefangen, da ging es um Kekistan. Ich bin nicht ganz firm, entschuldigt mich. Wir kommen auch gleich zu den Themen der Wochen. Kein Stress, Leute. Kein Stress. Kommt mal runter. Leute, falls ihr das nicht ganz mitgekriegt habt, ich hab auch Geburtstag so, ja, da kann man jetzt ja auch mal einen ganz gediegenen Brennpunkt machen und auf alles scheißen. Ich hab eh keine Vorbereitung gemacht, ist mir alles egal, leckt mich. So, willkommen bei Brennpunkt Internet. Wir erklären euch, dass Pepe ursprünglich das Symbol von Kekistan war. Kekistan quasi so eine fiktive Online-Land im Prinzip, wo es darum ging, dass jeder, der dieser Ideologie folgt, ist quasi, ich glaube, unpolitisch oder eher noch gegen den Mainstream oder so. Wie gesagt, ich kann es nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall... Unpolitisch, wenn ich das schon höre. Oh. Es fängt an zu krodeln. Der negativ, ach, der negativ, der unangenehm linke Tino fängt an, da schlackern ihm die Ohren und er das hört. Nein, auf jeden Fall ging es, auf jeden Fall. Also es ging, im Grunde ging es darum, sich davon abzukoppeln, von dem Ganzen, du bist scheiße, so ein bisschen wie die Euskins hier, die eigentlich auch weder rechts noch links waren, sondern einfach gesagt haben, lasst uns alle in Ruhe, wir wollen einfach nur ein gutes Leben haben und dass dauernd Leute bei uns reinkommen. Ach nee, doch nicht. Nur draußen, draußen. Ja, okay. Wäre schön gewesen. Ja, und dann wurde das natürlich übernommen und hier mittlerweile kann man schon sagen, hin und wieder wird der in rechten Kreisen verwendet, dieser kleine Frosch, aber ursprünglich hat das damit überhaupt nichts zu tun. Das ist wie sich ein Hakenkreuz zum Beispiel von irgendeiner anderen Sache zu nehmen und zu sagen, ach, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier Großdeutsches Reich. Nee, das war ursprünglich das Glückssymbol der Hinduisten. Ja. So, hier wieder was gelernt, auf jeden Fall haben wir jetzt schon, weiß ich nicht, fünf Minuten gelabert, ohne auf die Themen einzugehen. Aber ich muss dich direkt korrigieren. Korrigier mich mal. Und zwar hast du nicht Geburtstag, du hattest Geburtstag. Genau, heute ist Sonntag. Ach so, egal. Heute ist Sonntag für die Leute. Also wir haben in unserem Freundeskreis eigentlich die Tradition, dass man eine Woche lang Geburtstagshitler ist. Ah. Jetzt könnte man hier, oh, der rechte, der rechte, rechte Platz ist frei. Dann bist du immer noch der Geburtstagshitler. Genau. Wie war denn dein Geburtstag? Oh, aber ganz schön, ganz schön. Wir haben richtig gefeiert, den ganzen Freitag durch und es gab keine Probleme mit der Nachbarin. Ach schön. Das hat mir so gefallen. Also wirklich. Fand ich auch. Bis früh um sechs ging es und sie hat nicht einmal gesagt, eh, macht leise. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich muss auch sagen, gute Musik, gutes Essen. Ich habe mit so vielen Leuten rumgemacht an dem Abend. Dreimal mit mir davon. Dreimal, ja. Ja. Und, äh, wie hat dir eigentlich das Geburtstagsgeschenk gefallen von Vincent und mir? Äh, sehr gut. Doch, also hätte ich nicht gedacht, dass ihr so pfiffig seid. Ja. Ja. Danke. Sehr gut. Ich habe ja auch einen, ähm, Alkoholtester bestellt und der kam auch noch rechtzeitig an vor meinem Geburtstag. Nein. Feier, meine ich. Also dürfen die Leute erst rein, wenn sie reingeblasen haben? Ja, man kommt nur rein, wenn man über einen Promille ist und man kommt nicht raus, wenn man unter drei Promille ist. Äh, du auch? Na, ich, ich gehe ja eh nicht raus. Ja, meine Wohnung. Da muss ich mir vorher noch irgendwie ein paar Schnapspralinen kaufen. Ja, also, das Ding ist noch unterwegs. Eigentlich sollte es gestern kommen und es kam nicht. Wie es halt so ist. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das noch rechtzeitig kommt. Danke dir, Alkoholtester. Ja. Gut, äh, das war Brennpunkt Internet. Wir müssen so viele Flüchtlinge wieder, wieder versenden, dass die Deutschen wieder zu kurz kommen. Ja, das stimmt. Das war Brennpunkt Internet. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao. Also, die Themen. Was gibt es denn eigentlich für Themen? Ich habe mich wirklich, muss ich mal sagen, noch nie so schlecht vorbereitet, aber ich habe ja auch eine Ausrede, ja? Ja, genau. Du musstest ja deinen 30. Geburtstag feiern. Mein 85. Ich habe ganz viele Screenshots gemacht von irgendwelchen Sachen, die relevant waren, die ich auf dem Handy mitbekommen habe. Aber ich habe das erste Mal seit immer, seit Bestehen des Brennpunkts, habe ich mir das nicht nochmal strukturiert aufgeschrieben. Er weiß, ob das jetzt besser ist als vorher. Ja, ich glaube nicht. Auf jeden Fall. Hallo, Leute. Na, wir sind Brennpunkt Internet und wir berichten jetzt, was so die letzte Woche passiert ist. Und da gibt es einiges. Tino, was gab es denn da? Ja, beispielsweise die Musiklandschaft wurde völlig umgewirbelt. Ach du Scheiße. Von zwei ganz tollen Veröffentlichungen. Zum einen gab es von Andreas Gabayer, dem großartigen, auf keinen Fall rechten Volksmusiker. Okay. Der hat nämlich jetzt einen Song rausgehauen, der heißt Meinung haben oder Meinung hören. Ich mag solche Songtitel, die irgendwie so einfach nur so ein Stichpunkt sind quasi, wie wenn man in der Schule zu faul ist, irgendwas aufzuschreiben. Meinung haben, Sachen sagen. Ja, so geht der Song auch ungefähr. Ah, okay. Meinung hören, für die Sache stehen oder keine Ahnung, wie die halt sprechen, die gestörten Österreicher. Die Österreicher, ja. Obwohl, Österreich finde ich eigentlich ganz nett, weil die haben ja Bayern übernommen. Ja. Bayern ist ja der unangenehme Teil von Österreich und wenn der jetzt nicht mehr bei Deutschland ist, dann bin ich den Österreichern schon sehr dankbar. Man hört es ja schon am Sprachduktus. Und ja, erzähl weiter. Ihr könnt es haben, ihr könnt es haben, Österreich. Ja, der Song handelt halt davon, dass man seine Meinung haben soll und dass man dazu stehen soll, überraschenderweise. Und man dürfte ja nichts mehr sagen in Deutschland oder in Europa. Und da wird sofort irgendwie zensiert und in Ecke gedrängt. Darum geht der Song. Einfach mal reinhören. Er ist echt fantastisch geworden vom Volkshockenrohler, der so Sachen sagt wie, Homosexuelle sollen doch aus Rücksicht vor Kindern sich nicht so in die Öffentlichkeit zeigen oder dass Frauen in die Küche gehören. Das sind so Sachen, die sagt man eben als lupenreiner Demokrat und als fortschrittlicher Mann. Also ich muss sagen, dieser Sache geht nicht eine gewisse Ironie ab, wenn man sagt, ich darf ja nichts mehr sagen. Ja. Weißt du? Weil in dem Moment kreidest du ja schon das Regime an und sagst etwas dagegen. Aber, oder gut, sagen wir nicht das Regime, vielleicht auch die Gesellschaft, ja? Das sind ja immer so ein bisschen zwei Sachen. Aber. Man darf doch alles sagen. Das haben wir schon ganz oft auch hier im Brennpunkt behandelt. Zu sagen, man darf ja hier nichts sagen, ist eigentlich schon ein Grund dafür, dass es halt Quatsch ist. Ja, also, man muss ein bisschen, also manche Sachen darf man nur einmal sagen, das stimmt schon, ja. Welche denn zum Beispiel? Na ja, Holocaust und so, ne? Ja, Holocaust-Leugnung. Holocaust-Leugnung. Das ist ein Punkt. Die alte Geschichte. Man darf natürlich, man darf auch sagen, hier, ich bin rechts und Ausländer raus, darf man ja eigentlich sagen. Aber es stimmt schon, dass es dann zumindest von gewissen Gesellschaftsschichten eine kleine Ächtung in deine Richtung gibt. Das ist jetzt vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber du darfst es erstmal sagen. Du darfst es auch wiederholen. Du darfst es auch schreiben und auf T-Shirts drucken lassen und du darfst demonstrieren. Die Aussage, man darf nichts mehr sagen, würde ja bedeuten, dass man sofort in den Knast kommt dafür oder irgendwie bestraft wird. Aber es gibt halt nur gesellschaftliche Konventionen, die aber auch nur ein Teil der Meinungsfreiheit sind. Das ist, weil die linksversifften Leitmedien und die Systempresse dieses linke Bild vorgeben, da darf man nicht raus. Ich hab Pech gehabt. Ja gut, Menschen, immer Entscheidungen treffen wollen mit Rücksicht auf Moral. Ekelhaft. Tja, selber schuld. Hatte ich eine lange Diskussion, auch das ist diese Woche passiert. Die Rocket Beans haben ein Interview hochgeladen. Die haben so eine Morningshow. Moin Moin heißt das Ding. Moin Moin, die kommen nämlich von da oben. Grüße gehen aus. Eigentlich, da oben ist auch unangenehm, oder? Also Hamburg. Egal. Hallo, Rocket Beans Zuhöre. Die haben ein Moin Moin hochgeladen, da ging es um die Seenotrettung. Also eine Katja, ich weiß nicht ihren Nachnamen, ist mir auch egal. Krasavice. Genau, die war mit auf dem Boot und hat Flüchtlinge gerettet auf Sea-Watch 3. Toll. Mit den Schlauchbootlippen meinst du? Genau. Da haben sich die ganzen Flüchtlinge dann reingesetzt und yippie. Genau. Und da gab es eine sehr starke Community-Spaltung. Ungefähr 50-50, Daumen hoch, Daumen runter. Ganz viele in den Kommentaren sagen, ey, das ist doch asozial, dass ihr der Sache hier eine Bühne gebt. Und, ja, ich glaube, da gab es eine gewisse Vorbelastung, weil in den letzten Wochen bei den Rocket Beans, das ist übrigens ein 24-Stunden-Internetsender, für Leute, die das eventuell nicht wissen, Tante Gerda, Mann! Ich bin heute echt ein bisschen, es ist früh um 10, Leute, normalerweise schlafe ich gerade erst ein. Bin auch noch sehr verschlafen heute. Ja, und da gab es eine Spaltung und die Leute meinten, das könnt ihr nicht machen. Und die Vorgeschichte, die ich erwähnen wollte, die haben in den letzten Wochen öfter mal in ihren Shows, die haben zum Beispiel so Chat-Duell, wo sie dann, das ist wie Familien-Duell früher so ungefähr, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es Familien-Duell, auf jeden Fall so eine altdeutsche Fernsehshow da. Und da haben sie Funk-Leute gehabt, wie zum Beispiel Jäger und Sammler, die ja sehr verpönt sind, ich weiß nicht, ob du die kennst. Da gibt es so einen Tarek Tesfu, der selber, also der ist dunkelhäutig und sagt selber auch teilweise rassistische Sachen und so, ja, also gegen die bösen weißen Männer und so. Und durch solche Aktionen hat halt Funk sehr herben Schaden vom Image hergenommen. Also natürlich ist auch Rundfunkgebühren und sowas, das ist ja alles ganz blöd, aber durch solche Sendungen wie Jäger und Sammler ist Funk sehr verpönt. Und da heißt es natürlich dann auch hier, und man weiß nicht, wie viel davon richtig ist, dass die quasi einen Sendeplan kriegen, ich stecke da nicht drin so, dass da stehen muss, okay, das, das und das müsst ihr abbilden. Oder ob die das wirklich völlig autark machen und dann kommen halt die Themen bei rum. Susi Grime, kennst du die? Nein. Auch nicht. Ja, das ist halt alles so ein Pott an Leuten von, ja, so alles, was halt an Feminismus scheiße ist, zum Beispiel. Das ist ja alles mit dabei. Ach, so eine Kampflesbe. Nee, das hast du jetzt gesagt. Ich glaube, das war schon fast eine Beleidigung. Ja, ist auch eine. Aber da du ja auf den CSD gehst, da kannst du es ja machen. Und da ich sie auch nicht kenne. Ja, gut. Nee, ist keine Kampflesbe. Die ist irgendwie, die hat einen sehr reichen Vater und macht nichts anderes, als provokant irgendwie auch die weißen Cis-Männer zu beleidigen und sowas. Aber ich will jetzt auch nicht mit Halbwissen, das ist ja auch eine riesen Vorgeschichte jetzt hier, die ich hier auspacke. Das hat alles nichts damit zu tun. Also Sea-Watch war da, bla bla bla. Und da habe ich dann teilweise auch ein bisschen mitdiskutiert. Und da wurde mir dann auch gesagt, hey, wenn man bei Entscheidungen die Moral berücksichtigt, dann ist das nicht zielführend. Und ich weiß nicht, ob du das so unterschreiben würdest. Das ist so ein sehr kantischer Ansatz tatsächlich, dass man, ja, wenn man nur nach seinem Moralkompass handelt, dass man die Menschheit nicht voranbringt. Und Mitleid ist ja irgendwie auch nur im Kopf und ein Konstrukt des Menschen. Oder war es Nietzsche? Ich weiß gar nicht. Jedenfalls ist es alles Blödsinn. Also ich finde, dass Moral etwas sehr Wichtiges ist und Moral uns auch irgendwie voranführt. Also Kant hat, soweit ich weiß, geht ja die Verfassung auch so ein bisschen auf Kant zurück. Und da hieß es, ein Menschenleben ist nicht mehr oder nicht weniger wert als zehn Menschenleben. Dass man quasi diese moralische Frage gar nicht stellen kann, dass das einzelne Leben das höchste Gut sozusagen ist. Und das kann man nicht mit irgendwas anderem aufwiegen. Man kann auch nicht ein Leben mit zwei Leben aufwiegen, so, weißt du? Ach so. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Grundlage der Verfassung, soweit ich weiß. Das ist ja mathematisch schon falsch. Nein. Wenn du sagst, ein Menschenleben ist das höchste Gut, da geht nichts drüber, dann geht halt auch nichts drüber. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Wir sind ja auch gerade gut am Abschweifeln, aber ist egal. Ja, und die Frage war doch einfach nur, hey, es ist mir ja klar, dass es eigentlich das Geilste wäre, dafür zu sorgen, dass die Leute gar nicht erst übers Mittelmeer müssen. Aber wenn die nun einmal da im Wasser schwimmen, soll man die da jetzt verrecken lassen, um es als abschreckendes Beispiel zu haben? Oder sollte man eventuell ein klein wenig Moral haben und die Leute trotzdem da rausretten? Weil in dem Moment ist es egal, wie die in dieses Wasser gekommen sind. Ja. Du willst die halt retten, weil es Menschenleben sind. Und es ist dir als Retter auch erstmal egal, oder es ist überhaupt nicht deine Aufgabe zu klären, was danach mit diesen Leuten passiert. Ja. Und dieses sichere Hafen und so, das ist auch alles tausendmal durchgekaut, das will ich jetzt hier auch nicht nochmal machen. Dass es heißt hier, wenn die dann von da nach da, ne? Das ist der Punkt tatsächlich, dass es ist egal, du darfst von mir aus kritisch sein, was Asyl angeht. Du darfst kritisch sein, was Immigration angeht und so. Aber ich finde, wir sollten nicht darüber diskutieren, dass Menschenleben gerettet werden müssen. Das finde ich halt irgendwie, es hat nichts mehr mit Politik zu tun, es ist einfach nur Menschenverstand, dass man Menschen rettet. Und da gab es auch dann die Vergleiche mit Bergrettung, sollte man auch jetzt abschaffen, um den Leuten keinen Anreiz zu geben, sich auf gefährliche Berge zu begeben. Ja gut, das ist auch irgendwie dumm. Also dann kannst du, dann kannst du ja gleich alles verbieten, was Spaß macht. Richtig. Weißt du, Fallschirmspringen verbieten, weil es könnte ja mal sein, dass ein Fallschirmspringen nicht aufgeht. Ja, darum geht's. Nicht das Fallschirmspringen verbieten, sondern die Rettung verbieten, um keinen Anreiz zu geben. Ja, also ich weiß gar nicht, ob das so viel, ich glaube nicht, dass wenn ich auf den Berg klettere, also keine Ahnung, auf den Mount Everest oder so, kletter ich doch nicht hoch in dem Wissen, okay, wenn ich jetzt hier abrutsche und in irgendeiner Spalte liege, werde ich auf jeden Fall gerettet. Und das passiert doch nicht. Naja, das ist schon im Hinterkopf, dass du im Notfall Retter haben könntest. Könntest, ja, aber ich weiß nicht, ob das für jemanden die Entscheidung, aber ist ja auch egal. Wir schweifen ab. Lass uns doch mal hier nochmal einen Schritt zurückfahren. Wir haben nämlich keine Triggerwarnung gemacht und ich habe nämlich noch was Wichtiges für den Anfang. Also tut mal so, als hätten wir jetzt noch nicht 18 Stunden geredet. Triggerwarnung, wir sind keine Journalisten. Das bezieht sich ganz besonders auf einen Kommentar von Bublik88. Da muss ich erstmal sagen, geiler Typ. Auch wenn ich jetzt seinen Gender assume. Geile Person. Geiler Mensch. Geiler Mensch. Bublik88. Den habe ich, glaube ich, in der allerersten Folge von unserem Format Ask Answering Smuppet Questions. War der drin mit einer Frage, bin ich mir ziemlich sicher. Bublik88. Ich weiß noch, wie ich diesen Namen vorgelesen habe und das ist bestimmt 2012 gewesen. Könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lang das her ist. Ich hoffe, er ist 1988 geboren. Ja, möglich. Gut. Oh, du wieder, ey. Da geht ja direkt das Klappmesser auf, ey. Willst du gleich wieder in irgendeinen Hals reintun? Ja. Ein Klappmesser, ein kleines Halschen reintun. Ne, Bublik88, die geile Sau, hat kommentiert unter unserem Podcast. Und das musst du dir mal überlegen, wenn er wirklich vor sieben Jahren schon am Start war und jetzt noch am Start ist und unseren Podcast sogar hört, dann gehen erstmal fette Grüße raus. Er hat aber kritisiert, dass sich Trump leicht falsch kritisiert hatte, nicht kritisiert, sondern zitiert hatte. Ja, ja. Aber was ich eben sagte, wir sind halt keine Journalisten, wir sagen nicht mal, dass wir Journalisten sind und wir sagen auch nicht, dass wir journalistische Aufarbeitung von irgendwelchen Themen machen. Ich hab den gelesen, den Kommentar. Also, ja, ich verstehe seinen Ansatz so, aber ich finde, dass Trumps Aussage trotz allem lächerlich war. Na, geil war sie trotzdem nicht. Ne, auf keinen Fall. Und auch immer noch nicht sinnvoll. Ja. Ja, aber das nochmal auf jeden Fall vorneweg gesagt, bevor wir hier 20 Minuten schon drin sind. Wir sind keine Journalisten, wir sind keine Herr Newstimes und wir sagen auch nicht, dass wir eins von beiden sind. Wir hangeln uns, das hab ich ja auch als Kommentar nochmal geschrieben, wir hangeln uns einfach an den Themen der letzten Woche, bisschen schwarzhumorisch, bisschen satirisch, bisschen, ja, bisschen dumm, wie wir halten, weil wir sind durch die Woche. Wir sind nur Quatschmacher, ja. Wir haben jetzt keine Ausbildungen in irgendwelchen journalistischen Richtungen. Wir machen einfach, wir sind YouTuber und Schauspieler und haben von nichts eine Ahnung letztendlich. Wir reflektieren nur, wie es für uns angekommen ist und was wir so daraus gezogen haben und geben das gerne weiter. Gut, also. Als Triggerwarnung. Wer sich für die Themen irgendwie intensiver interessiert, kann ja immer nochmal googeln, so. Also wer das irgendwie so macht, uns als einzige Informationsquelle über die letzte Woche zu nehmen. Der macht alles richtig. Der macht alles richtig. Ja. Die Tagesschau, die kratzt nur an der Oberfläche, ja. Also das Ding ist, ich bin natürlich schon bemüht, jetzt nicht irgendwie falsche Sachen zu sagen, ja. Ja. Aber klar, ich, ich, wie gesagt, ich. Wer ist das schon? Ich bearbeite das jetzt ja nicht so und sag ja, okay, Fakt 1, Fakt 2, Fakt 3, sondern ich gucke halt, was für mich irgendwie interessant ist. Und ja, dann passiert das halt mal, dass jemand ein bisschen falsch zitiert wird. Aber wirklich so schlimm fand ich es jetzt nicht. Nee, es war auch nicht sehr weit von deinem aufgegriffenen Zitat entfernt. Ich wollte es halt nur mal so allgemein sagen, damit wir mal drüber gesprochen haben. So, hört man eigentlich sehr den Raum raus. Wie gesagt, wir sind im noch ranzigeren Studio. Und wenn man dann so spricht, dann hört man schon einen leichten Schall. Ein Hall. Hall, 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 Hall. Ja, aber das wichtigste Thema, Dino, das haben wir noch überhaupt nicht angesprochen. Letzte Woche, ganz am Anfang der Woche ist etwas passiert. Eigentlich war es noch am Ende der vorletzten Woche. Aber ist egal, es ist wichtig, denn wir haben es hier besprochen. Belle Delfin, die alte, die ihr Badewasser verkauft hat. Ja. Die wurde auf Instagram gelöscht. Vier Millionen Follower hatte sie. Oh, Scheiße. Bam, weg. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Was ist denn passiert? Es ist, naja, es ist vermutlich wirklich wegen dem Wasser gewesen, weil sie da das so aggressiv beworben hat. Ich weiß es nicht genau. Sie ist halt schon an der Grenze gewesen, weil Instagram ist ja bei Nacktheit schon ein bisschen sensibel manchmal. Ja. Sie hat, glaube ich, nie einen Nippel gezeigt oder irgendwas anderes. Ja. Aber sie war natürlich so ein bisschen, ne, so leicht dran vorbeigeschrammt jedes Mal. Aber die kriegt doch neue Follower innerhalb von wenigen Tagen. Natürlich, die hat ja auch mehrere Plattformen. Die hat auch einen YouTube-Kanal. Da hat sie auch noch so ein Video geschickt, wie sie mit so einem Kraken spielt. Ja, ja. Bei Octopus. Sehr witzig, muss ich sagen, sehr guter Humor. Die kriegt sie ja wieder, die Follower. Von daher bin ich da jetzt nicht so traurig. Aber ich wollte es als Nachtrag sagen, wir haben es ja das letzte Mal wirklich ausführlich besprochen. Aber stimmte das, dass irgendwie jemand dieses Wasser, ähm, getrunken hat? Nicht getrunken, das war wohl, glaube ich, eine Falschmeldung, aber dass es jemand in irgendein Labor gegeben hat? Genau, das hatte ich ja gesagt. Genau, hat das gestimmt eigentlich, weil ja auch dieses Badewasser trinken ja auch nicht so gestimmt hat. Das war ja auch nur so ein Mythos. Nee, nee, aber das hat gestimmt, das war keine menschliche DNA drin. Das war tatsächlich so. Ein Betrüger! Ja. So, und dann gibt es noch einen kleinen Nachtrag zu dem Thema letzter Woche. Oder vorletzter, ich weiß nicht. Nee, vorletzter, glaube ich schon. Es ist jetzt ein Bild aufgetaucht von einem, äh, ja, so eine PowerPoint-Präsentation, was sagt man? Air Force One, bla, die machen halt so Briefings, genau, das ist das Wort, so ein Briefing. So, es war kein Geheimes, also es ist alles okay, ja, schlaggert nicht so rum. Ähm, es war ein öffentliches, ja, nicht öffentliches, aber es war auf jeden Fall nicht geheim, ein Briefing darüber, wie der Naruto-Run aussieht. Weil ja die Leute im Naruto-Run, die Area 51 stürmen wollen im September. Ja, die breiten sich wirklich darauf vor, ja. Es gibt es jetzt tatsächlich, nein, sie breiten sich nicht darauf vor, es müssen ja alle informiert werden, was denn da gerade passiert. Aha. Und dann gibt es dann tatsächlich Bilder von so einer Präsentation und so ein netter Mann im Militär-Dress, wie er halt zeigt, wie so ein Naruto-Run geht. Aber dürfen die das denn zeigen, sowas? Was? Also, dieses Bild hier. In der Bilder aus so einer Präsentation, das ist auch sicherlich eine sehr vertrauliche Atmosphäre. Ja, wie gesagt, die war wohl nicht so vertraulich, es war jetzt nicht Area 51, sondern Air Force One, ne, nicht Air Force One, da sitzt ja Trump drin, wahrscheinlich. Äh, Air Force, einfach nur Air Force. Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fand ich es ganz witzig. Kleiner Nachtrag nochmal. Das ist ein schönes Bild, sieht sehr süß aus. Wenn Shitposter dafür sorgen, dass Leute halt wirklich, ne, das ernst nehmen müssen, da fragt dann irgendein General, äh, was ist denn dieser Naruto-Run, muss ich mir Sorgen machen? Also ganz schlimme Gutmenschen könnten jetzt aber auch sagen, haben die nicht genug zu tun, die armen Leute dort, müssen die sich jetzt noch mit so einer Fake-Aktion auseinandersetzen und so einer Quatsch-Aktion, aber ich sage, lol, ich find's lustig. Ja, auf jeden Fall. Also das Ding ist, es hätte theoretisch auch gereicht, wenn einer mal sagt, hier, äh, das ist hier ein Joke, wahrscheinlich passiert da nichts. Ja. Aber die haben auch nicht genug zu tun, die machen irgendwie, hab ich da auch gelesen, die, die, die Army, die macht da irgendwie permanent hier, also die haben, kein anderes Land der Welt hat so viele Ausgaben wie, wie die, alleine für Schießübungen und sowas. Ja. Da machen sie halt einen Tag mal. Da können sie weniger schießen. Ja, da machen sie einen Tag mal weniger. Ich kenn das doch auch, das ist doch, es ist doch lächerlich. Natürlich, Freiwillige Feuerwehr Ergensdorf hat sich auch jeden Sonntag zum Probespritzen getroffen, ja. Kann man vergleichen ungefähr. Im Endeffekt wurde da auch nur gesoffen. Es ist halt so. Ich will jetzt ja niemanden denunzieren, ja. Aber im Prinzip ist es genau so gewesen. Kann man vergleichen, die Freiwillige Feuerwehr Ergensdorf und die Air Force One ist ungefähr so. Ist, ist das gleiche Kaliber. Die können alle nichts. Ja. Habe ich schon mehrfach erwähnt, die fucking Freiwillige Feuerwehr Ergensdorf ist nicht zur Anamalia gekommen, als sie gebrannt hat, weil die anderen schon vorher da waren, sind die nicht mehr bis rangekommen mit dem Löschlauch. Hm. So. Die mussten halt Bier trinken. Ja. Aber das ist eine Weile her, die haben sich bestimmt gebessert, die haben auch ihre Basis ein bisschen aufgebaut, die sieht jetzt ein bisschen schicker aus und so. Grüße gehen raus an alle Feuerwehrmenschen da draußen. Ja. Ihr macht gute Arbeit. Meine Meinung. Probespritzen ist ganz wichtig. Aber es gab noch einen, noch einen musikalischen. Ah, stimmt. Du hast gesagt zwei. Ja. Dann frisch die Sendung mal ein bisschen auf und sag noch einen richtig geilen Hit. Ich weiß gar nicht, wie er heißt tatsächlich. Aber es ist ein Duett von Blümchen. Oh. Und David fucking Hasselhoff. Nein. Sie haben ein Duett rausgebracht. Bist du bescheuert? Woher kenne ich das denn noch nicht? Ich habe reingehört, aber ich habe vergessen, mir den Titel aufzuschreiben. Aber es ist ein Ohrwurm und er ist klasse und tausendmal besser als der Gabayersong. Okay. Meine Meinung. Das ist ja eine tödliche Kombo. Das ist ein musikalisches Meisterwerk. Ja, es ist also noch viel bedeutender als Beethovens neunte oder fünfte. David Hasselhoff und Blümchen in Klammern, Jasmin Wagner. Ja, Jasmin Wagner. You made the summer go away. Genau. Aber das ist ja jetzt grundsätzlich erstmal nicht die schönste Aussage, wenn jemand macht, dass der Sommer weggeht. Doch, wenn es zu heiß ist. Ich kann hier, irgendwie ist ja auch gerade ganz schlechtes Internet hier vor Ort. Aber wir dürfen ja Musik abspielen. Okay. Also der ist für mich so eine kleine Dudelmusik, muss ich sagen. Das ist ein bedeutendes Werk. Besser als Andreas Gabayet oder wer auch immer. Aber also auf dem ersten, das ist halt genau dieser langsame 90s Beat, den ich nicht so feiere. Oh. Ja, aber Hasselhoff ist auch schon jetzt irgendwie 80 Jahre alt und er kann auch nicht mehr so schnell. Ja, aber alter Blümchen ist dafür bekannt geworden, dass sie so einen Hardtack da in ihren Scheiß reinbaut. Sie ist eine reife Künstlerin geworden. So will ich das. Es muss scheppern, Mann. Die 90er, ich bin eh gerade ein bisschen der 90er überdrüssig, ja. Aber dieser, dieser Jigga, 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 das ist also, das ist mir nichts. Sie entwickeln sich weiter, genau wie Blue System. Also Bohlen macht ja auch nicht mehr die gleiche Musik wie früher. Macht ja noch Blue System aktiv wahrscheinlich nicht, oder? Nee, die gibt es auch nicht mehr. Es gab doch dann diese Originalband, die eigentlich die Songs gesungen hat und gespielt hat und die hießen dann Systems in Blue. Und haben dann versucht, auch nochmal Karriere zu machen, aber die waren dann nicht so erfolgreich. Ja, kann ich verstehen. Gut, das war das, Jasmin Wagner. Also in ihrem letzten Song, Computer, die Liebe, war zwar ein Cover mal wieder, aber fand ich dann doch besser als das. Es gab noch eine kleine lustige Sache, wo wir vorhin schon bei Trump waren, der in seiner Air Force One sitzt, der hat eine Rede gehalten. Und irgendjemand hat sich in die Präsentation oder in die, ich weiß nicht, in den Beamer oder so, oder also in den Computer, der an den Beamer angeschlossen ist, reingehackt. Denn hinter, wenn Leute Reden halten, die wichtig sind, da muss ja hinten immer so ein Symbol prangen. Wie bei dir auch gerade hier hinter dir. Hinter mir ist jetzt zum Beispiel gerade ein Hakenkreuz. Genau. So, und bei Trump ist dann immer so ein, wie heißt der Reichsadler drüben da, so ein Weißkopfseeadler. So ein Vogel, ja. Genau, mit dem Amerika-Wappen oder was auch immer. Und irgendjemand hat das jetzt bearbeitet, man sieht es gar nicht so genau, aber du kannst es mal angucken. Der Adler hat einen zweiten Kopf bekommen, weil die Russen in ihrem Wappen, wie gesagt, ich habe mich heute nicht vorbereitet, lasst mich in Ruhe. Die Russen haben an ihrem Wappen oder an ihrem Zeichen für Aufrüstung oder fürs Militär oder so, gibt es auch so einen Vogel mit zwei Köpfen. Und daneben noch, kannst du auch noch gucken, ist so ganz viele Golfschläger. Golfschläger, wirklich, ja. Ja, quasi wurde das Original bearbeitet und diese kleinen Sachen wurden beigefügt. Keiner weiß, wer es war. Ich dachte, es wirkt nur wie ein Golfschläger. Nee, es sind wirklich Golfschläger. Es sind wirklich Golfschläger und Trump hat halt seine feurige Rede davor gehalten. Auch so Right-Wing-Leute wieder auf so einer, wie heißt das, Gala, nee, auf so einem Rally. Und keiner hat es gemerkt währenddessen, nur hinterher erst und keiner weiß, wer es war. Das ist ziemlich witzig. Ach, leu. Ja. Das sind doch ganz kleine Antiterroranschläge, die mag ich gerne. Macht mehr Antiterroranschläge. Grüße gehen raus an Marc-Uwe Kling. Obwohl ich nicht ganz weiß, ob Antiterror in dem Fall vielleicht das Allerbeste ist, von der Formulierung her. Kennst du das nicht von Marc-Uwe Kling? Die Känguru-Chroniken. Ist das so definiert? Antiterroranschläge heißt das. Ja, aber wie genau sind die denn definiert? Ja, definiert sind die jetzt nicht, aber man macht halt so kleine Aktionen, die lustig sind, keinem wehtun, aber die halt ein Zeichen setzen. Also doch ein Zeichen, weil für mich wäre Antiterroranschlag eher, du gehst irgendwo hin und schenkst dem was. Dem Trump. Ja, wenn das jetzt eine Torte wäre, die explodiert so, weißt du, wo er dann sein Gesicht voller... Ja, okay. Nee, wenn die Definition so ist, ist ja okay. Es ist okay, Tino. Ich stechte schon. Diskutier dich wieder mit mir, ey. Ich stechte schon. Meine Fresse. Du hast doch keine Ahnung. Das stimmt. Heute zumindest. Aber wovon ich Ahnung habe, ist das größte Thema der Woche. Was auch in den letzten Wochen schon für mich das größte Thema war. Was war das? Boris Johnson. Nee. Ach, lass. Okay, sprechen wir erst über Boris Johnson. Ich hatte nur geraten, ich weiß es nicht. England guckt Richtung Amerika und denkt sich, das kann ich auch. Boris Johnson. Der neue Premierminister. Er sieht nicht nur so aus wie Trump, er ist auch noch genauso doof wie Donald Trump. Ja. Ich habe mir auch direkt nochmal ein Best-of gegeben von ihm. Hast du auch da ein paar Sachen von gesehen? Der hat ja auch nicht gerade die skandalfreiste Karriere hingelegt. Und zum Beispiel hat er so ein kleines asiatisches Kind. Der hat so spaßenshalber irgendwie ein bisschen Rugby gespielt auf so einem Benefizding oder so was. Und voll umgepaukt, ne? Schön umgeruppt, Alter. Schön richtig in den Pansen rein. Das war witzig. Und das ist ungefähr, das kann man als Metapher sehen, was mit Großbritannien, mit England passiert, wenn der Brexit durch ist. Ja. Beziehungsweise eigentlich ist es auch schon eine Metapher für den Brexit, aktuell wie er läuft. Ja, der Brexit kommt an. England ist der kleine Asiate. Tot. Ja. So. Aber jetzt wissen doch die Menschen gar nicht, warum das so schlimm ist, dass Boris Johnson Premier ist. Na, dann sag uns das doch, Martin, nur wenn du wieder alles besser weißt. Ich weiß, ich weiß alles. Ich habe vorhin erst die Tagesschau mir angesehen, also von gestern Abend. Und er fordert ja einen knallharten Brexit. Also sofort raus aus diesem ganzen Verein. Wie als würde man vom Asiaten davor rinnen. Genau, wir zahlen nichts. Wir zahlen keinen Cent, keine Ablösegebühr, nichts. Und wir wollen keinen Deal mit euch, wir gehen einfach raus. Aber das geht nicht. Das ist echt, das ist Vertragsbruch, das ist kompliziert. Und eigentlich, das ganze Parlament steht gegen ihn. Also außer seine eigene Partei. Aber sonst wird er damit nicht durchkommen. Und er rennt wohl mit voller Geschwindigkeit irgendwie vor eine Wand, die er nicht einrennen kann. Okay. Alter, ich muss wirklich sagen, diese Woche hatte ich echt ein bisschen Programm so, ja. Deswegen, wie, erklär mir das mal. Wie kann es sein, dass er dann so viel gewählt wurde, wenn er gar nicht so viel Support hat? Nee, er wurde von den Menschen gewählt. Aber die klugen Politiker, die da in dem Parlament sitzen, die sind ein bisschen anderer Meinung. Siehste, ich bin ein Trottel. Wird er echt einfach von einem normalen Bürger direkt gewählt, ja? Das wusste ich gar nicht. Ich hätte gedacht... Premier, nee. Aber die Parlamentarier werden gewählt. Okay. Und die Leute haben sich... Ja, aber er hat doch irgendwie doppelt so viele Stimmen bekommen wie der Konkurrent. Das habe ich doch noch irgendwie mitbekommen. War das nicht so? Als es um den Premierposten geht, meinst du? Ich glaube schon. Das weiß ich jetzt nicht genau. Hier seht ihr es, dass wir keine Journalisten sind. Also diese Woche ist ganz finster. Diese Woche ist wirklich ganz, ganz finster. Da kann Bublik mir wieder einen schönen Liebesbrief schreiben. Nee, aber ich habe ja vor... Im Vorreihen habe ich ja gesagt, heute hat man ein bisschen Nachsicht. Unsere beiden Wochen waren jetzt sehr stressig. Ich saß auch erst gestern Abend... Die Karte kannst du jetzt nicht auch noch ziehen. Doch, doch. Muss ich sagen. Ich saß erst gestern Abend um halb zwölf nur vorm Rechner und habe mir die ganzen Punkte rausgeschrieben, was passiert ist. Ich sammle ja auch immer über die Woche so, aber habe gestern alles zusammengetragen und weil ich halt echt kaum zu Hause war und nur zum Schlafen quasi. Ja. Deswegen wollte ich uns nur beide entschuldigen, dass wir jetzt nicht ganz so... informiert sind über alles, was passiert ist und... Gutes Stichwort, Tino. Auch letzte Woche habe ich gesagt, in Japan bei diesem Brand in Kyoto gab es 13 Tote. Aber es gab viel mehr. Es gab drei oder 34 mittlerweile, glaube ich sogar, in Spätfolgen. Guckt es lieber nochmal nach. Ich habe schon wieder keine richtigen Zahlen am Start. Ja, das ist so lustig, dass ich hier lache, aber nein... Das ist so lustig, dass ich hier lache. Uh, verbrannte, wow. Nein, natürlich nicht. Reißt euch zusammen. Der lustige Fakt ist einfach nur, dass ich hier erzähle irgendwie, wir haben keinen Plan und so. Und das beste Beispiel ist wieder, dass ich irgendwie meilenweit dran vorbei bin an den richtigen Todeszahlen. Das ist aber diesmal begründet, weil wir diesmal ja... Oder das letzte Mal hatten wir Donnerstag aufgenommen. Genau. Und da war das noch ganz, ganz jung. Ja. Und die anderen Leute sind quasi erst an den Spätfolgen gestorben. Ja. So. Und es war nicht bekannt. Also die offizielle Zahl, als wir gerade aufgenommen haben, waren halt 13. Aber apropos Brand, ich habe auch einen riesigen Sonnenbrand hier hinten. Das nervt mich übelst. Ich rede hier vom größten Leid der Japaner der letzten 20 Jahre. Ja, weil in den letzten 20 Jahren sind nicht bei einer Katastrophe so viele Leute gestorben. In Japan? Na klar. Doch. Bei diesem komischen Erdbeben da sind noch Millionen gestorben. Nein. Ja. Oder nicht Millionen, aber so Hunderttausende irgendwie. Warte mal. Japan mourns after the worst mass killing. Darum ging's. Ah. Also, ne? Ja, Leute, Mann, ich bin schlecht vorbereitet. Darum ging's, Mann. Du bist doch so ein Japan-Fan. Ich dachte, du weißt das. Ja, das meinte ich doch auch, Mann. Nicht so viele gestorben. Klar, da sterben noch täglich Leute. Aber es geht darum, dass Leute andere umbringen. Mann. Ja. Oh, sind wir heute auf dem Dampfer, ey. Also Mord. Also, ja. Das AdB war ja kein Mord in dem Sinne. Genau, das war ein Naturphänomen. Das war ein kleines, holt Selfie-Cam raus. Kleines Phänomen. Mann. Aber weiß man, wer es war eigentlich? Ja, na klar. So ein Typ, der gesagt hat, hier, ihr, wie ist das, wie ist das Verb dazu? Ihr plagiiert mich? Echt? Deswegen, ja. Ja, auf jeden. Das war richtig dämlich. Also, irgendein Typ, der meint, ey, ihr klaut meine Ideen. Ich zünd euch an. Ach. Richtiger Hurensohn, um's nochmal zu sagen. Finde ich nicht in Ordnung. Ja. Also, wenn du das hörst. Bei uns gibt's verbale Schelte. Macht das mal nicht. So, aber wenn wir grad im asiatischen Raum sind, sind wir mit Boris Johnson fertig? Merkt euch die Überleitung. Ich sag zu Boris Johnson noch was kurz. Das andere, was ich noch gesehen hab, ist, wie er an so einer Zipline lang ballert. Kennst du das? Nee. Das war zu den Olympischen Spielen, die Eröffnung oder so. Und er hat so zwei England-Fahnen in der Hand oder Großbritannien, wedelt so rum, fährt so eine Zipline lang und eigentlich sollte man ja vom Anfang bis Ende durchsegeln, aber er, weil er vielleicht zu schwer ist oder so, bleibt halt so dann in der Hälfte stecken, ist in diesem Gurt, wo das Schwanz so eingeklemmt ist und so und hängt dann da so da mit seinen fahren und kommt dann eine halbe Stunde nicht weg. Unten alle Leute gucken hoch zu ihm und er hängt halt da und kann nichts machen. Auch sehr, sehr witziges Video. Mussten dann halt im Endeffekt irgendwie ein Seil hochwerfen, an ihn andocken und ihn dann so langziehen, weißt du? So die Zipline zu Ende ziehen. Sehr witzig. Da gibt's auch viele Bilder von ihm, wo er auch so Gitarre spielt und das Kapu irgendwie unten hat. Ja, genau. Hab ich auch gesehen. Richtig großartig. Für Musiker ist das sehr witzig. Also er greift den Akkord hinterm Kapu-Daster, was keinen Sinn mehr gibt. Nee. Ja, ich weiß nicht, woher das kommt, ob er der Playback gespielt hat oder so wahrscheinlich. Und ja, also er ist, ich glaube, er ist nicht so asozial und rassistisch wie Trump, aber was Peinlichkeit angeht, da stehen sie sich nichts nach. Ein bisschen unreflektiertes Handeln. Es ist mir zu früh heute, ich kann heute nicht reden. Das stimmt, das kommt ja noch dazu. Wir sind schlecht vorbereitet und es ist früh am Morgen. Also Leute, komm, skip die Folge, wir hören uns nächste Woche. Ich bin doch gar nicht richtig wach. Ich bin echt erst aufgestanden vorhin, vor wenigen Minuten. Oh, ich habe hier gerade auch das Pult ein bisschen verrückt. Naja, ist egal. Alles getrunter und drüber heute. Ist ja nicht unser Bier hier. Gut, ihr habt euch die Überleitung gemerkt. Wir sind gerade im asiatischen Raum. Das größte Thema diese Woche oder die letzte Woche, Tino Versuch 2. Was war das größte Thema für mich in den letzten Wochen? War es das Schnitzelverbot in Leipziger Kitas. Ja, genau, Tino. Nein, natürlich nicht. Reden wir erst mal über das Schnitzelverbot. Wir kommen nicht mehr dazu. Ja, nee, also an so zwei Leipziger Kitas wird wohl aus Rücksicht vor muslimischen Kindern Schweineschnitzel jetzt von der Karte gestrichen. Und alle haben da jetzt Angst vor Islamisierung, wie es halt so ist. Jegliches anderes Fleisch wird noch serviert. Nur kein Schwein. Und die Idee ist einfach, dass alle gemeinsam. Das ist ein Punkt, den ich nicht ganz verstehe. Weil, also, das ist ja kein Fertigessen, oder? Du machst ja trotzdem die einzelnen Zutaten auf den Teller, oder? In der Kita meistens, ja. So, es ist ja nicht, dass das irgendwie so ein fertiger Phras ist, der dann aufgewärmt wird. Und da verstehe ich nicht, warum man vielleicht, wenn es dann an dem einen Tag in der Woche mal Schwein gibt, oder im Monat, oder so, dann könnte man das ja einfach weglassen für die zwei Leute. Ja. So. Aber ich persönlich finde es jetzt auch nicht so tragisch. Es ist ein scheiß Kindergarten. Eigentlich ist es mir Wurst. Wir hatten es natürlich mit dem Kindergarten mit Indianern. Da habe ich relativ viel rebelliert, weil das fand ich echt albern. Ja, wo das Quatsch war. Hier ist es mir relativ egal. Ich weiß nicht, ob da meine Vegetarier-Propaganda durchschlägt. Weißt du? Dass ich mir sage, okay, Fleisch ist mir völlig egal. Ja. Das kann natürlich sein. Gibt es kein Brokkoli mehr oder kein Rosenkohl mehr? Käse, Alter, Käse. Kein Käse mehr. Gouda. Jedenfalls der eigentliche Skandal daran ist eigentlich, dass das Neonazis jetzt demonstrieren wollen und es gab Morddrohungen gegen die Kita und so. Die haben es ja schon mittlerweile abgesagt. Also dieses Fleisch rauszunehmen wurde wieder rausgenommen. Ja. Und die Bild-Zeitung hat einen Artikel geschrieben und meinte so, ey, hier, wegen Rücksicht auf das Seelenheil, so in Anführungsstrichen. Und hat schon ein bisschen so, oh ja, der Kita, der spinnt doch so. Und hinterher hat die Bild-Zeitung einen Artikel geschrieben, oh, das ist ja seltsam, dass da jetzt Polizeischutz sein muss. Und das dann irgendwie. Und ich denke mir so, also es ist halt ein fucking Kindergarten. Ja, es gab Morddrohungen gegen die Erzieherinnen und eine Demo, die stattfinden sollte von, organisiert glaube ich, von diesem Pockenburg, ehemaliger AfDler, jetzt ist er in der AFP oder so, Aufbruch, nee, AD, auch irgendwas. Darmbruch. Aufbruch, Aufbruch der Patrioten oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Und die wollen da demonstrieren. Deswegen muss die Kita jetzt auch eher schließen an dem Tag. Also die Leitranden sind eigentlich jetzt die Eltern und die Kinder des Kindergartens. Also es geht völlig nach hinten los. Und ich finde, so Schweinefleischverbot ist doch erstmal prinzipiell nichts Schlechtes, weil ja Schweinefleisch eh das ungesündeste Fleisch ist. Also viele verzichten ja auf Schweine. Ja, da muss man aber auch fairerweise sagen, das ist nicht die Motivation dieser Sache gewesen. Nein, natürlich nicht. Und du bist halt auch so ein militanter Veganer. Ja, ich weiß. Haben wir übrigens auch schon einen Brennpunkt-Hörerwunsch zugemacht. Ihr könnt uns ja kaufen für 20 Euro die Stunde. Easy, schlagt uns Thema vor, wir machen es. Und wir haben auch schon über Veganismus gesprochen. Und wir haben versucht, das etwas differenzierter zu machen als dieser Extreme da drüben. Haben wir auch geschafft. Haben wir super gut gemacht. Haben wir wirklich Ast reingemacht. Und noch ein Gag dazu. Ja. Und zwar von der FPÖ hat einer dann so ein Online-Plakat gemacht, so ein Aufruf mit dem Zitat, jedes Kind soll in den Genuss eines Schnitzels kommen dürfen. Und neben ihm ein Stock-Image von einem Fischfilet. Einen panierten Fischfilet. Ah, hat er nicht gerafft, oder was? Nee. Witzig. Das ist wirklich ein guter Gag. Äh, was gibt's da noch zu sagen? Also ich finde, über die Bild-Zeitung sich aufzuregen und die zu bashen ist immer gut. Das fühlt sich einfach immer gut an. Deswegen kann ich das auch in dem Fall sagen. Ich glaube, dass die schon da so ein bisschen zu beigetragen hat mit ihrer, Alter, alles muss irgendwie als Sensation aufgebläht werden. Das ist halt der Punkt, der mich da am meisten aufregt. Das ist ein scheiß Kindergarten im Grunde. Man muss es nicht gutheißen. Ich finde auch nicht unbedingt, dass es nötig ist, das zu machen. Weil man kann sicher die nicht Fleisch- oder nicht Schwein-essenden Kinder anders integrieren. Also die müssen ja nicht in den extra Raum gehen, nur weil es mal Schweinefleisch gibt, oder? Man kann was anderes zu essen bestellen. Ja, zum Beispiel. Man kann mir vorstellen, dass die auswählen dürfen, was die jetzt zu essen. Ja, das kenne ich halt auch so, dass es verschiedene Angebote eigentlich gibt. Ja. Oder dass du vorher das ankreuzt, so irgendwie für die Woche vorher. Ist auch egal. Von mir aus können sie es ja machen. Und die Sache ist einfach nur, wenn sie es machen, ist es halt einfach nicht so ein Riesenskandal. Nee. Und ich glaube, dass da die Bild-Zeitung deutlich mit reingespielt hat, um die Leute da irgendwie so ein bisschen aufzuheizen. Es ist ja auch die Freiheit der Kita zu sagen, was sie ihren Kindern davor setzen wollen. Ist korrekt, ist korrekt. Ja, wie gesagt, ich finde es nicht unbedingt nötig. Ich verstehe auch, dass die Leute dann sagen, oh, hier, die Islamisierung des Abendlands hat begonnen. Aber im Endeffekt können die Kinder ja, wenn die in der Kita kein Schweinefleisch kriegen, die können ja trotzdem den ganzen Tag Schweine in sich reinstopfen, wenn die Eltern das wollen. Also ist ja nicht so, ne? Ich verstehe es auch nicht. Also alle Seiten nicht. Ich verstehe es schon, aber ich finde es halt einfach unnötig, da so einen Riesenfass aufzumachen. Sicher verstehen kann man immer vieles, aber ich meine, ich kann nicht nachvollziehen, dass daraus so ein Ding gemacht wird. Ja. Von allen Seiten. Die Bild-Zeitung ist einfach hässlich, so. So, next. Tino, was waren die letzten Wochen ein Thema, was mich groß beschäftigt hat? Bestimmt was zum Thema Klima. Nee, hast du was zum Thema Klima? Ja, eine Frau hat gefordert, dass man Hunde und Katzen abschaffen soll. Okay, sprechen wir erstmal darüber. Das muss ich aber vorlesen, das war sehr lustig. Leute, schreibt bei den Kommentaren, wenn ihr längst wisst, was es ist. Mir fällt nichts ein, keine Ahnung. Aber ich will ganz kurz vorlesen, und zwar die Frau heißt Katharina Schwirkus. Okay. Also wie Zirkus ein bisschen. Okay. Die Überschrift, lasst uns die Köter abschaffen. Katharina Schwirkus meint, Vierbeiner verschmutzen nicht nur Parks und Gehwege, sondern sind auch eine unnötige Belastung für das Klima. Sie sollten endlich aus unseren Städten und aus unserem Leben verschwinden. Neben ihren ekelhaften Ausscheidungen sind Haustiere auch schlecht für das Klima. Denn sie fressen Fleisch, wie viele von euch auch, und tragen damit zum Ausstoß von Kohlenstoffdioxid bei. Die Ökobilanz eines Hundes entspricht einer jährlichen Autofahrleistung von 3.700 Kilometern, die einer Katze 1.400 jährlichen Fahrkilometern. Ein durchschnittliches Fahrzeug in Deutschland liegt pro Jahr 13.000 Kilometer zurück. Jedenfalls fordert sie in diesem Artikel, dass man Haustiere langfristig abschaffen sollte und auch die Züchtung quasi reduziert, bis die Hunde und Katzen ausgestorben sind. Nun, wer ist denn diese Person? Denn was mir als erstes da erstmal, das allererste, was mir auffällt, ist, man kann das, was sie da sagt, wenn man Haustiere durch oder Hund und Katze durch Menschen ersetzt, funktioniert auch sehr witzig. Also lasst uns mal die Menschen nach und nach abschaffen. Ja, finde ich auch. Das nächste ist, wer ist diese Frau, von der ich noch nie gehört habe? Denn ich denke mir, man kannte die vorher nicht und jetzt weiß jeder, wer Katja Zirkus ist, nur weil sie irgendwann mal was gesagt hat. Wer ist Katharina Schwirkus? Das ist professionelles Radio hier gerade. Redaktion Neues Deutschland. Okay, also einfach irgendeine Redakteuse. Ja, sie hat sogar einen Twitter-Account. Wow, haben sie heutzutage alle. Gleich mal ein Hasskommentar hinterlassen. Also gut, sie hat mal was gesagt und ist jetzt in der Aufmerksamkeit. Also gönn dir, ich weiß nicht, ob das jetzt, also es gibt so viele tausend Sachen, die man vorher machen kann, bevor das relevant ist, was mit Hunden und Katzen so geht. Vor allem, die gibt es doch trotzdem noch. Hunde und Katzen? Ja. Also nur, weil man die nicht als Haustier hält, gibt es die ja trotzdem noch. Ja doch, sie will die ja einigermaßen, also langfristig abschaffen, dass man die immer weniger... Die Tiere abschaffen. Immer weniger züchtet, bis sie halt nicht mehr da sind. So ganz? Ja. Na gut, und warum machen wir das nicht mit allen Tieren? Weiß ich nicht. Ha. So, also wenn man irgendwo anfängt, kann man ja auch irgendwo... Aufhören. Aufhören. Zum Beispiel noch vorm Anfang. Die kacken ja wohl in die Städte und so, was ja auch ein Argument von ihr ist. Und alle haben... Das machen Tauben auch. Das machen doch alle Tiere, die in der Stadt unterwegs sind. Fragt mich nicht. Ich bin nicht Katharina Schmörkos. Das war auf jeden Fall auch nicht das Thema. Tino, also welches Thema hat mich die letzten Wochen besonders beschäftigt? War es Herr Kleine? Nee, Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Herr Kleine, unser wundervoller Oberbürgermeister, der jeden Tag ganz tolle Social-Media-Postings auf Instagram macht. Also ein richtig geiles Bild, wo er auf so einem Motorrad sitzt. Richtig geil. Und dann gegen Flüchtlinge hetzt. Also er hetzt nicht wirklich, aber er will zumindest nicht mehr aufnehmen, als er muss. Hat er jetzt gesagt. Okay. In einem Radiolotte-Bürger-Radio hat er das gesagt. Okay, höre ich mich nicht an. Was ist dieses Radiolotte? Weiß ich auch nicht. Irgend so ein unbedeutender Radiosender in Weimar. Okay, Tino, jetzt nochmal. Welches Thema hat mich die letzten Wochen besonders intensiv beschäftigt? Ja, es gab noch so ein paar rechte Anschläge, aber ich weiß nicht, ob das... Tino, verdammte Scheiße. In Hongkong. Was ist denn passiert? In Hongkong gibt es seit Wochen Proteste und ich habe es immer wieder angesprochen. Ja, in Dresden auch jeden Montag. Und? Ja. Da reden wir auch nicht drüber. In Dresden sind nicht drei Millionen Menschen auf der Straße. Nein, nicht ganz. In Hongkong gab es jetzt einen neuen High, wie sagt man, ein neues Peak. Also es hat sich weiter zugespitzt. Sind es jetzt etwa 10 Milliarden auf der Straße? Ne, wenn dann 10 Millionen, das wäre dann aber schon mehr als Hongkong-Einwohner hat. Ne, es ist wirklich hart. Also, die News der Woche ist folgendermaßen. Also für mich zumindest. Für dich ist es vielleicht, dass David Hasselhoff mal wieder gesungen hat. Für mich ist es bitte, was in Hongkong passiert. Aber wie? Aber wie? Ja, eben. I saw a sign. Das Lied wäre richtig geil, wenn es anderthalbfache Geschwindigkeit hätte, aber so. Never Hasselhoff. Doch. Also, in fucking Hongkong wurden jetzt, und man munkelt, dass die Regierung, oder halt die chinesische Regierung, nicht die Hongkong-Regierung, da die Finger mit im Spiel hat, wurden jetzt augenscheinlich Leute beauftragt, von den Triaden die Protestanten zusammenzuknüppeln. Es gibt tausende Videos im Netz, wie die Polizei sich wegdreht, während auf der anderen, also du schwenkst nach rechts, siehst, wie die Polizei umdreht und wegläuft, schwenkst nach links und siehst, wie so eine kleine Armee aus Leuten mit weißem T-Shirt und Schlagstöcken in der Hand auf die protestierenden Leute einschlägt. Und das mal tausend. Ist ja wie hier, wo du deine Meinung nicht sagen darfst. Genau, genau so ist das. Also, die Triaden kennt man ja. Das hat man doch auch. Hast du Manfiosi mitgekriegt, die Hande? Hast du das mitbekommen? Nee. Kleinen Exkurs. Manfiosi gab es in Österreich, hat McDonalds gesagt, wir bewerben unseren neuen Burger mit einem Tongue in Cheek, mit einem Augenzwinkern. Äh, nee. Wir machen jetzt italienische Wochen bei McDonalds und Manfiosi, also Mafiosi italienisch. Da hat sich dann die italienische, ich glaube sogar irgendwas von der Regierung, irgendein Senator oder was weiß ich, hat sich gemeldet, das geht ja gar nicht. Nicht hier mit irgendwie, tut mir leid Italien, ihr habt halt, ihr seid bekannt für Mafia, nicht natürlich, nicht nur. Für Pizza-Mafia. Ja, hätten die sich auch beschwert, wenn man sagt, oh hier Pizza-Wochen bei McDonalds, italienische Wochen Pizza, Pizza, Pizza. Wobei das ja irgendwie, die Pizza kommt ja ursprünglich aus China, wo wir wieder die Brücke zu Hongkong schlagen können. Soweit ich weiß, natürlich auch nur Halbwissen lang, auch nicht voll. Und, äh, dann haben sie sich beschwert über McDonalds und das ist ganz doof. So, Mafia gibt's auch in, äh, China, die heißen da aber Triaden. Genauso wie es sowas gibt in, äh, Japan, da sind's die Yakuza. Ja, die sieht man auch immer hier in der Stadt. Genau. Die verkaufen ja immer so Kleidung beim Kasseturm. Ist da, oh, das, ja, jetzt kommen wir wirklich in Probleme, oder? Sowas darf ja bestimmt nicht sein. Das ist ein Spaß, das sind ganz nette Leute. Ich war da auch schon mal ein paar Mal beim Film. Das sind keine Mafiosi. So. Im Kasseturm? Im Kasseturm nicht, nur die Asiaten davor. Ah, okay. Nein! Meine Fresse. So, nein, das sind echt nette Menschen. Also, Hongkong, Triaden. Stell dir das mal vor, wenn jetzt hier in Deutschland, hm, gibt's ja doch, wenn in Deutschland die Regierung, die, und hier, ne, natürlich in Klammern gesehen, weil es ist nicht offiziell bestätigt, aber eigentlich sagen alle, das muss so sein. Weil die, was haben die sonst davon? Aber wenn in Deutschland die Regierung zu den, zu den Hells Angels gehen würde und sagen würde, ey, die protestieren da, wir wollen nicht als, als Polizeigewalt da einschreiten, kloppt ihr die mal runter, so. Ah. Und genauso muss man sich das vorstellen. Und die Videostars sind echt heftig, dass die Leute einfach nur in der Bahn fahren, nicht mal gerade irgendwie am protestieren sind, die fahren gerade nach Hause, kommen irgendwie in der Station an, die Tür geht auf, mit voller Wucht, und die Leute kommen rein, knüppeln einmal alle auf die drauf, dann gibt's ein anderes Video, wo eine Schwangere mitten in diesem Tumult ist und umfällt und sich nicht mehr bewegt, auch drauf geknüppelt, also echt super hart. Und die sind halt teilweise auch maskiert und so, haben natürlich diese Masken auf, also diese Atemmasken, die in Asien natürlich sehr oft verbreitet sind. Und auch Journalisten wurden niedergeknüppelt, ne? Und da kann man schon sagen, da ist die Kacke am Dampfen. Immer noch. Das ist, wie viele Wochen geht das denn jetzt schon? Aber passiert irgendwas in der Richtung, dass die Regierung so ein bisschen einlenkt? Also nützt es irgendwas? Es wurde ja quasi eingelenkt, aber halt nur, also dieses Gesetz wurde ja auf Eis gelegt. Genau, auf Eis gelegt, genau, so war das, ja. Und das hat ja eigentlich die Proteste noch mehr angestachelt, weil die Leute wussten, okay, jetzt wollt ihr nur, dass wir heimgehen und sobald wir dann uns alle beruhigt haben, kommt das Ding wieder sozusagen. Ja, also ein großer Spaß in China. Ja, liebe, liebe Patrioten, so sieht es aus, wenn man seine Meinung nicht sagen darf und nicht demonstrieren dürfte. Das ist eine Diktatur. Und das musst du dir mal überlegen, da ist halt wirklich, wenn wir jetzt, ne, wenn wir wirklich Hongkong betrachten, da ist die Hälfte der Stadt auf der Straße. Da kann man nicht sagen, das sind hier mal so 10 Prozent, die irgendwie per Pegida laufen oder so. Okay, auf Sachsen gesehen ist es dann vielleicht schon ein Viertel, von mir aus. Aber ein Viertel ist nicht, oder selbst wenn ein Viertel AfD wählt, ist es nicht so, dass ein Viertel der Menschen in Dresden zum Beispiel auf der Straße sind, wo irgendwas demonstrieren. So, die Hälfte aller Bürger in Dresden, wenn die auf die Straße gehen würden, protestieren und dann von Punks zum Beispiel zusammengeknüppelt würden. Das wäre ungefähr das Äquivalent. So, und das passiert halt nicht. Nee, zum Glück. Klar gibt es Gegendemos, wo dann gerufen wird und Tröten gemacht und so, aber also, come on, das ist ja wohl nicht. Das ist was anderes. Ja. Klar, die kriegen Demogeld, die Linken. Und bestimmt gibt es auch mal Leute, die zusammengeknüppelt werden, vereinzelt. Aber es ist nicht so, dass so ein koordinierter Angriff erfolgt, wo dann irgendwie 10.000 Punks auf einmal um die Ecke kommen und Pegida-Leute niederknüppeln. Das ist echt ganz schön krass, was da abgeht. Ich sehe es ja auch in den Instagram-Stories von einer Bekannten von mir, die ja aus Hongkong kommt. Creepy, creepy, creepy. Ja. So. Eine große Nachricht, auf jeden Fall. So, Boris Johnson hatten wir übrigens vergessen zu sagen, dass sein Fahrzeug blockiert wurde, als er ins Amt, also hier vereidigt werden sollte bei der Queen, wurde sein Wagen blockiert von Klimaprotestanten. Aber ist er nicht immer zu spät, habe ich mal gehört. Kann sein. Dass er immer zu spät kommt zu den Sitzungen. Ich glaube, für die Welt, für die Erde ist einiges zu spät, aber Boris Johnson weiß ich nicht. Es sieht auch immer so aus, als wäre er ja gerade aufgestanden. Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall großartig, was die Woche passiert ist. Es gab noch was sehr Schönes. Ja. Und zwar Rammstein, die haben sich jetzt öfters mal geäußert in ihren Shows, zumindest symbolisch, erstmal gegen halt die Rettung von Menschen auf dem Mittelmeer, weil sie haben ja in ihren Shows immer so ein Element, dass einer der Band auf so einem Schlauchboot über die Menschenmassen fährt. Ja. Und hat letztens Till so ein Willkommensschild hochgehalten, als Zeichen, wer hier kommt übers Meer auf so kleinen Booten. Aber nur auf dem Schlauchboot. Nur auf dem Schlauchboot. Kommt, ja. Nee, die nicht. Die nicht. Da muss man klar unterscheiden. Ja. Und dann war noch der Fall, in Polen hatten sie letztens eine Live-Show, wo ja es auch ganz krasse Proteste gab gegen LGBTQ-Blass-Leute, also die Homosexuellen und Nicht-Heterosexuellen. Und da gab es sogar so Aufkleber mit Anti-LGBTQ-Zone, was die Regierung aber verboten hat, sowas auszuteilen. Also sie machen dann einen Schritt nach vorn, die polnische Regierung. Und Rammstein muss wohl jetzt auch auf dem Schlauchboot quasi die Regenbogenfahne so gehisst haben. Okay. Was ich sehr mutig finde für Leute in Polen, weil ja Polen auch, also in Polen auch die Leute sehr homophob sind. Das ist ja auch in der Gesellschaft weit verbreitet. Und dass da Rammstein das so demonstrativ zeigt, dass sie halt für die Rechte sind von nicht-heterosexuellen Leuten, das heißt schon was. Ja. Das fand ich jedenfalls sehr schön. Die haben das schon auf einem Konzert von sich gemacht. Auf einem Konzert, genau. Weil, ich meine, wenn du ein Fan bist und irgendwie 80 Euro für so ein... 80 Euro, Alter. Mindestens, ja. Ja, eben, wenn du 80 Euro für so ein Ticket ausgibst, da magst du die Band halt. Da wirst du die nicht zusammenschlagen, nur weil die so eine Fahne ist. Aber das gab's, ich glaube, auf dem CSD vor drei, vier Jahren in Berlin ist es auch... Ja, da kann ja jeder hin. Nee, aber der offizielle Rammstein-Club ist da aufgetreten mit Rammstein-Symbolen und in Regenbogenfarben getunkt. Also von Rammstein quasi autorisiert. Und da haben dann viele kommentiert, dass sie nicht mehr Rammstein hören wollen, weil die jetzt auch so linksgrün versiffte und so uns schwuchteln werden. Aber Mann gegen Mann ist doch ein super alter Song von Rammstein, wo es auch schon... Ja, aber der wird wohl von vielen als schwulenfeindlich aufgefasst. Auch von vielen, die selber schwulenfeindlich sind. Und klar, es ist ja aus der Sicht geschrieben eines Mannes, der verurteilt wird für seine Sexualität. Aber am Ende dieses Schwule, ah, das könnte auch als homophob aufgefasst werden, was es aber nicht ist. Wenn man dumm ist. Wenn man dumm ist, genau. Wie wenn man glaubt, dass die bösen Onkels jetzt nicht rechts wären. Das ist auch so ein Ding. Ja, da ist man auch einfach dumm, Timo. Genau. Was? Warte mal. Nein. Warte. War ein Spaß. Das Nicht musst du wegstreichen. Äh, warte mal, was? Ja. Ja. Gut, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Das wäre dumm, wenn wir die Woche nicht jetzt zusammenfassen würden. Es sind sogar nur noch vier Minuten, Tino. Oh nein. Und ich will nicht nachher im Schnitt Probleme kriegen. Ich habe heute nicht so viel Zeit, ja. Nee, nee. Ich will hier Geburtstagsvorbereitung. Ähm, es gab... Ja, gut, die vielen Toten in Japan, ne. Das ist schon... Ja, das war ja letzte Woche. Das ist ja nur... Aber es ist nur Nachtrag, genau. Das zählt nicht. Das zählt nicht. Also, das müsst ihr euch schon verdienen, Japan. Aber die China-Geschichte ist auch sehr groß, muss ich sagen. Die beeindruckt mich. Ich sag dir, wie es ist. Es wäre für mich... Es ist für mich eigentlich nicht viel passiert, so. Boris Johnson setzt nochmal so 0,5 drauf, weil da kann schon... Da ist Potenzial. Oder eins sogar, ja. Das ist ein kleines Pulverfass. Ja. Oder eins. Und ja, also Hongkong ist für mich natürlich ein Leidensthema. Da kommt nochmal 1,5 drauf für mich. Aber die Gesamtpunktzahl ist dann trotzdem nur irgendwie bei 4 oder so. Ja, würde ich auch sagen, tatsächlich. Ja. Klar, Blümchen, Hesselhoff... Ach, come on, Alter. Das ist schon ein Riesending. Dieser Song ist Dreck. Ich höre mir nachher nochmal komplett an. Das ist ein Riesending, Robin. Ich habe, als ich die Namen gehört habe, habe ich eben so ein kleines bisschen Hype verspürt. Ich möchte meinen Wunschsong ändern für deinen Geburtstag heute. Nein, zu spüren. Ich habe schon, bevor ich dich gefragt habe oder alle gefragt habe nach einem Wunschsong, jeder, der zu meiner Party kommt, darf einen Song, der auf die Playlist kommt, habe ich schon Dr. Mabuse mit drauf gemacht, ja. So, oder bin ich jetzt echt... Und von Falco ist, glaube ich, auch schon ein anderer Hit dabei. Und jetzt mache ich nicht... Nee, 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 nee. So. Ich wusste, dass du, dass du Mabuse drauf machst sowieso. Deswegen habe ich mir halt von Falco was gewünscht. Okay. Gut. Ja, ich sage auch, ich sage aber 4,5. 4,5. Wegen Blümchen. Ach Gott, Alter. Und Heselhoff. Ich würde wegen dem Song nochmal 0,5 abziehen. Großartig. Ich höre mir gleich nochmal an. Ich wäre jetzt nicht auf dem Rückweg nach Hause, höre ich mir den nochmal an. Bitte, bitte. Dann sage ich dir nochmal, wie ich jetzt dazu stehe. Und bei dir geht es heute um 8 los, ja? Bei mir geht es heute um 8 los. Kommt alle vorbei im Radio. Ihr seid herzlich eingeladen. Vorgestern. Ihr werdet eingeladen... Eingeblasen. Ihr werdet alle eingeblasen. Ihr werdet eingeladen gewesen sein haben. Ja, der Hammer wird in der Schuppenschachtel gehangen haben müssen. Also, wenn ihr auch zum Geburtstag gekommen werdet, gerne, dann schreibt in die Kommentare. Ja. Gebt ein Like. Und wenn ihr gerade am Schreiben seid, dann schreibt uns doch so wundervolle, hate-erfüllte... Hate-erfüllte? Oh Gott, oh Gott. Hass-erfüllte Leserbriefe, wie hier diese nette, diese Postkarte von Pepe. Und zwar wohin? An Radio Lotte. Haben wir ja schon gesagt. Bürgerradio. Bürger Radio Lotte. Goethe-Platz 12, 99423 Weimar. Deutschland zu Händen. Brennpunkt Internet. Und bitte ganz oft, denn wir merken, dass die anderen Sendungsmacher neidisch werden. Ja, die werden neidisch. Die denken, wir haben die selber eingeworfen. Das ist jetzt echt schon dreimal vorgekommen. Was ist denn das? Das habt ihr doch selber geschrieben. Großartig. Also. Deswegen weitermachen, bitte. Ja. Wir wollen die erfolgreichste Sendung werden. Und irgendwann laufen wir jeden Tag hier. Das ist schwer. Ich glaube, wenn wir zehn Zuhörer haben im Radio, sind wir die erfolgreichste Sendung. Wir sind es jetzt schon eigentlich. Muss man so sagen. Also an Leserbriefen gemessen sind wir die erfolgreichste Sendung. Ja. Gut. Ich wurde auch gefragt, was wir am Montag hier aufgenommen haben. Also wir wurden gefragt, wann wir die Sendung einreichen. Und da hab ich gesagt, die nehmen wir erst morgen auf. Und da kam dann so die Frage, hä, was habt ihr dann am Montag aufgenommen? Okay. Dann machen wir jetzt Schluss, würde ich sagen. Die Musik höre ich im Hintergrund auch schon wieder. Ich muss mich ein bisschen strecken. Ich muss die Sendung ja auch noch schneiden und rennen und hochladen. Und dann können wir die neue Sendung in den Radiolotte Scheiß ein für das reichen. Ich mache einen Mittagsschlaf jetzt gleich noch. Ich muss noch zur Post. Und es ist so anstrengend. Mein Leben ist so anstrengend. Das ist dieses Viereckige vor E-Mail. Der war nur für Herodes. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ciao, liebe Leute. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Auf immer Wiedersehen. Hey, boy.